Hallo, ihr lieben Zuschauer, heute wieder beim Kizura Advent-Bietendchen. Eure Melanie Thormann ist heute hier wieder mit einem Gast, heute aus Österreich zugeschaltet, Patricia Bromme, herzlich begrüfte ganzheitliche Gesundheitsberaterin, Bloggerin, Autorin und im Naturheilkundebund Österreich. Gleiches muss ich doch noch einmal nachschauen. Ich grüße dich ganz herzlich, ein herzliches Hallo nach Österreich, liebe Patricia. Ja, dir auch Melanie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir dieses Date gefunden haben. Schöne Grüße südlich der Alpen. Bei uns ist heute erst der Schnee, also ein guter Ausblick. Also passend in die Weihnachtszeit, ja, so können wir sogar noch schwingen. Das ist doch wunderbar. Liebe Patricia, bitte stell dich doch uns kurz vor und sag uns, was ist denn eigentlich dein Spezialgebiet für unsere Zuschauer und unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden? Ja, ich bin Patricia Bromme. Ich bin die Gründerin und Ideengeberin des Vital Talk Portals. Das ist eine Plattform, wo ich sozusagen Gesundheitsinteressierte über die ganzheitlichen Methoden der Naturheilkunde und überhaupt eines gesunden, fitten, gesunden Lebens aufkläre. Und ich mache das als Bloggerin im Blogger-Style und mein Schwerpunkt dabei ist Video-Interviews mit interessanten, spannenden Persönlichkeiten rund um die Gesundheit, aber auch für die Wirtschaft und für Ökologie und Nachhaltigkeit. Und die Menschen können einfach dabei spannende Menschen kennenlernen. Also ich bin eigentlich eine Social Community in der virtuellen Welt, aber auch im realen Leben. Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Wie wirkt sich denn deine Arbeit, also speziell deine Arbeit, auf die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden auf? In zwei Formen. Zum einen können die Menschen in den Video-Interviews, die nenne ich auch Vital Talks, so ähnlich wie wir das jetzt machen, das ist ja sehr, sehr auch Infotainment, auf einer leichten und komplizierten Weise spannende Menschen aus dem Gesundheitswesen kennenlernen. Und zum Zweiten habe ich natürlich eine eigene Fachkompetenz und das ist die vitalstoffreiche Vollwertkost. Also ich bin sehr ernährungsbewusst und ich bin auch selbst 17 Jahre biologisch jünger, als ich tatsächlich bin. Also ich lebe das jetzt schon 30 Jahre, so wirklich biologisches Leben ist mein Lieblingsgebiet. Und da gibt es auch vitalen, lebendigen Stoffen. Also wirklich alles, was noch lebendig ist und wo noch Energie drinnen ist, weil das gibt dann auch Vitalität. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und das begriff ja auch immer all unsere Kunden, egal mit welchem Thema zur Gesundheit sie kommen und mit welchem Thema sie zuerst begleiten. Über dein Thema kommen wir letzten Endes immer irgendwie oder an deinem Thema kommen wir natürlich immer wieder vorbei. Und das ist ja auch eine sehr wichtige Komponente. Was kann denn im allerbesten Fall passieren, wenn du mit unseren Kunden gemeinsam arbeitest? Dass sie gesünder werden. Okay, das ist sehr allgemein. Dass sie sich vielleicht auch in einer gewissen Umstellungsphase auf jeden Fall lebendiger, wacher fühlen. Ich nehme ja sehr stark draußen die kollektive Erschöpfung wahr. Und es gibt da für mich einfach ganz gewisse Schritte. Das Erste ist oft, dass Menschen natürlich über irgendeinen Schmerz dann an das Thema kommen und sagen, ich fühle mich schlapp, ich bin einfach müde. Die wenigsten sagen, ich fühle mich super gut und ich will so bleiben. Das ist wirklich oft der Ansatz, dass einem zuerst mal irgendwas wehtut. Und ich bin jetzt, muss ich erwähnen, ärztlich geprüft. Das bedeutet, dass ich seit einer Zeit vor einer Kommission ganzheitlicher Ärzte eine Prüfung abgelegt habe, die mich befähigt, einfach mal da anzusetzen, wo wirklich der Schmerz loslegt. Und es unterscheidet mich ein bisschen von einem Ernährungsberater, dass ich also wirklich dann auf der wissenschaftlichen Grundlage der Vitalstoffverordnung der Nahrung, so heißt das ja, also die Nahrung hat eine Ordnung und ich arbeite auf der wissenschaftlichen Grundlage der Ordnung der Nahrung. Das bedeutet also für den Verbraucher oder den Kunden, dass wenn er einfach mal ein Bewusstsein oder ein Wissen darüber bekommt, was, wie die Ordnung auch ein System in die Nahrung bringt, also lebendig oder weniger lebendig oder mechanisch verändert, zerkleinert, zerschnipselt, zerkocht, einpüriert, eingestampft, eingedampft, eingekocht. Also das konserviert ja, da gibt es ganz viele Stufen, was man mit Ernährung alles oder mit den Lebensmitteln so anstellen kann. Und ich bringe einfach ein Bewusstsein zu den Menschen und kläre auf oder berate, begleite dabei, wie jetzt so eine Umstellung im praktischen Alltag aussehen kann. Weil wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder selber können und wir brauchen schon auch jemanden an der Hand, der dann einfach weiß, wie das geht. Ja, das ist ja auch unser Ziel, dass wir unsere Kunden gemeinsam an die Hand nehmen. Denn meistens ist ja komplett überfordert mit dem Angebot, was es so in der Welt gibt. Wir arbeiten ja schon Deutschland, Österreich, Schweiz, also kompletter deutschsprachiger Raum und da alleine sind ja die Kunden schon überfordert und wenn wir das jetzt weltweit betrachten, dann kann ich wirklich verstehen und das ist ja auch die Mission, die wir dabei haben, dass die Menschen dann doch irgendwo eine Begleitung brauchen. Ja, dafür brauchen sie uns und das ist toll, dass wir es dann auch gemeinsam tun können. Ja, hast du denn noch so einen alltagstauglichen Tipp, den du jetzt unseren Zuschauern, die das mit auf den Weg geben kannst, den sie sofort mit für dich umsetzen können? Ja, der einfachste Tipp, den ich auch selber lebe, ist mal wirklich zur inneren Reinigung jeden Morgen ein Glas lauwarmes Wasser auf nüchternem Magen zu trinken, weil im Außen duschen wir uns ja auch und auch unser Innenvertrag eine Dusche. Das heißt, das kommt eigentlich auch aus dem Ayurveda, was ja total verständlich ist, wenn ich mich einmal morgens nüchtern schon mal so ein bisschen durchspüle, also mit 0,3 Liter lauwarmes Wasser. Wenn geht auch mit einer sehr guten Qualität von grüner Heilerde dabei, dann ist es schon eine wirklich gute Basis, die leicht umzusetzen ist, an die man sich auch gewöhnt und dann kann es auch weitergehen mit Frühstück oder Tee, Kaffee, was die Menschen dazu mögen. Und ich konzentriere mich auch immer dabei, niemanden da zu missionieren, sondern wirklich da abzuholen, wo jeder gerade steht und was wäre denn für mich im Alltag überhaupt umsetzbar. Oder noch so ein Tipp ist, wenn die Menschen sagen, ich esse einen Teller Nudeln mit Salat, dann würde ich sagen, isst doch einfach den Salat zuerst, weil die Rohkoste rauscht einfach wie ein D-Zug durch den Darm und dann kann ja die Nudeln hinterherrutschen. Also so einfache Dinge. Und ich habe da auch einen Blog schon einmal eröffnet, den kann man ja jetzt mal ausbauen, der heißt einfach dein täglicher Impuls zum Vital-Doc-Luke, also zum gesunden Glück mit Vital-Doc, weil du sagst, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Jeder Mensch braucht einfach im Alltag greifbare Themen, so wie wo kaufe ich denn jetzt eigentlich die richtigen biologischen Nahrungsmittel ein, wo kriege ich denn das her? Das ist ja heute schon für den Konsumenten eine große Herausforderung, im Alltag umzusetzen. Da habe ich einfach super Tipps, weil ich das auch selbst so lebe oder auch den Menschen weitere Impulse zu geben, wie es einfach geht, ohne sich wirklich jetzt da verbiegen zu müssen. Das geht. Ja, also das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf und werden unseren Zuschauern jetzt und auch unseren schon bestehenden Kunden das wir das nächste Jahr mit auf den Weg geben. Ich danke dir recht ganz herzlich, liebe Patricia, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für unser Speed-Sating zur Verfügung zu stehen und unseren Zuschauern dann deinen Beitrag auch mit zu leisten. Wer sich jetzt von euch da draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer sich für dieses Thema noch etwas mehr interessiert, der kann gerne schauen bei uns auf www.kura.de oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an www.kura.de und wir bringen zusammen, was zusammengehört. Liebe Patricia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam auch ins nächste Jahr bleiben und wünsche mir jetzt eine wundervolle Weihnachtszeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch, Melanie und danke für das Speed-Dating. Bis bald. Ganz bis bald. Tschüss, liebe Patricia. Ciao.